Liebe Freunde, weiter geht's. Ich hoffe, ihr habt die Hitzewelle gut überstanden. Wir haben jetzt gerade einen Tag nach diesem 40-Grad-Tag, das heißt, ihr seht, das ist immer eine Woche später. Es ist jetzt auch ordentlich warm, da es ja natürlich gewittert hat. Und ja, ich habe die gleichen Sachen vor letztem Mal an und ihr denkt euch bestimmt, ihr ist ja mega eklig, ihr seid ja voll durchgeschwitzt, aber no, Sir. Ich trage jetzt gerade das zweite Mal für 20 Minuten jetzt, wo ich das Video aufnehme, weil ansonsten renne ich hier knallhartnackig rum. Ich sage an euch, es ist einfach so unfassbar warm, die Softbox läuft, ich bin jetzt auch schon wieder am Schwitzen, das ist der Wahnsinn. Nichtsdestotrotz, ich habe ja gesagt, ich bin da immer ehrlich, was das angeht von den Noten her. Die nächsten Noten sind raus für Interface-Design, das wurde eine knallharte 1,7. Habe ich dafür gekriegt, habe mich richtig gefreut. Nice. Und das heißt auch, ich kann euch jetzt dieses Werbevideo zeigen, was ich extra noch als Zusatz für unser Insulino-Projekt gemacht habe, bezüglich der erneuerten Insulinspritze, sage ich jetzt mal, für Kinder. Die Benotung ist raus, die Benotung ist sehr, sehr gut für mich ausgefallen, also kann ich auch voller Stolz das extra Werbevideo präsentieren. Schon mal vorweg, diese kleine Keksfigur hat eine sehr gute Freundin von mir gemacht, die auch an der Gruppenarbeit beteiligt war, wir haben das ja zu zweit gemacht. Also da gehen die zeichnerischen Künste eindeutig an sie raus, nicht an mich, ich hätte das nie hingekriegt. Ich habe halt eher die Idee gehabt, Videoschnitt, die ganzen anderen Sachen und so, aber ich wollte halt, ich hatte sie halt gefragt, ob sie noch zusätzlich halt diese Keksfiguren machen kann. Das fand ich halt, hat dann auch ganz gut gepasst. Aber naja, viel Spaß auf jeden Fall mit dem kleinen Werbevideo. Insulino Hey Kinder, müsst ihr vor dem Essen auch immer eine Spritze bekommen? Ja! Dann möchte ich euch jemanden vorstellen. Das ist Insulino. Insulino ist nicht nur da, um euch zu pieksen, sondern um euer Freund zu sein. Ihr könnt mit ihm spielen. Ihr könnt ihn pflegen und streicheln. Und das Allerwichtigste, er hilft euch bei euren Insulinspritzen und könnt sie mit Hilfe von Insulino selber nehmen. Es ist kinderleicht, denn sobald euer Insulino Hunger hat, könnt ihr es füttern, indem ihr eure Spritze nehmt. Aber an die Eltern keine Angst, es besteht keine Verletzungsgefahr. Sobald ihr euer Insulino füttert, nehmt ihr die Kappe ab und schon zeigt es euch, wie ihr es füttern könnt. Sobald ihr an gewünschter Stelle das Insulino an euren Körper drückt, bekommt ihr das Insulin und euer Freund ist satt. Ihr seht keine Nadel, denn es tut nicht weh und es geht auch sehr, sehr schnell. Sobald ihr fertig seid, steckt ihr einfach die Kappe drauf und könnt weiterspielen. Und das Allerbeste, Insulino gibt es in vielen verschiedenen Farben, somit ist für jeden etwas dabei. So, das war es auch schon. Also ich muss sagen, ich fand das eigentlich echt gelungen. Der Prof war begeistert und ich muss sagen, als ich das Werbevideo präsentiert habe, da haben sich auch die ganzen anderen Mitch-Studenten, die bei mir in dem Wahlpflichtmodul waren, auch da um den Tisch gesetzt. Ein paar haben auch angefangen zu lachen, die fanden das auch ganz lustig. Ich war, wie gesagt, sehr zufrieden damit, der Prof auch und das ist ja die Hauptsache, weil der Typ gibt ja am Ende die Benotung. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Werbevideo mal so fandet. So, letzte Woche haben wir ja darüber gesprochen, wie die besten Füttermethoden für Kamele und Sinn oder was es überhaupt erstmal für Füttermethoden gibt. Jetzt dachte ich mir, als passender Ansatz dazu, könnten wir ja mal darüber sprechen, was passiert denn oder was kann man denn machen, wenn man so ein Füttert hier einfach abhaut. Ja, zum Beispiel, ihr macht jetzt halt dieses freie Füttern und dann flutscht halt mal so ein Heimchen oder sowas durch das Gitter oder sonst irgendwas vom Terrarium und rennt dann einfach frei in der Bude rum. Wie kriegt ihr das denn wieder eingefangen? Und da gibt es natürlich auch verschiedene Methoden und ich dachte, die zähle ich jetzt hier mal so auf. Wichtig hierbei ist halt, dass man darauf achten soll, dass alle Fallen, die jetzt hier genannt werden, außerhalb des Terrariums verwendet werden. Weil wenn zum Beispiel so eine Klebefalle in Terrarium platziert wird und das Kameleon watschelt da rein oder schießt mit der Zunge da rein, kann es dann auch ganz schnell böse fürs Kameleon werden. Das bedeutet, diese ganzen Fallmethoden, sag ich jetzt mal, besser außerhalb des Terrariums verwendet, weil innerhalb des Terrariums kann ich immer das Kameleon und das Tier jagen. Die erste Fallenheit ist die Klebefalle. Das funktioniert bei Schaben, Heimchen und kleinen Grillen. Hierbei ist es halt einfach so ein Röllchen, sag ich jetzt mal, das kriegt man überall in der Zoohandlung, im Baumarkt oder im Gartencenter. Hierbei wird dann diese Klebefalle zu einem Röllchen zusammengeklebt, dass die Klebefläche innen ist. Manche von diesen Klebefallen haben auch so eine kleine Tablette drin, die bitte nicht selber essen, das ist nicht gut für euch. Darin befindet sich so eine Art Lockmittel, sag ich jetzt mal. Diese kleine Tablette legt ihr dann einfach in die Mitte von dem Röhrchen und sobald dann das Foto hier davor angelockt wird, versucht ihr natürlich dann auch zu dieser Tablette hinzugehen und geht dann ins Röhrchen, klebt dann am Röhrchen fest und verendet dann da dran. Das heißt, dadurch könnt ihr dann auch die Heimchen einfangen. Die beste Positionierung hierfür ist natürlich nicht mitten im Raum, weil da funktioniert halt nichts, sondern eher so in Wandnähe bzw. Fußleistennähe. Weil da kann das Futtertier nur von einer Seite rein oder von der anderen Seite rein und nicht irgendwie einfach nur drum rum laufen. Bei diesem Klebefalle ist es natürlich auch noch wichtig, die regelmäßig auszutauschen, da aufgrund von Staub, der sich dann darauf auf dieser Klebefläche absetzt, dann auch die Tiere nicht mehr daran kleben bleiben. Und auch wenn zu viele tote Tiere, sag ich jetzt mal, da drin sind, können die auch einfach darüber laufen. Dann hat die Falle dann auch ihren Effekt verloren. Deswegen bei diesen Klebefallen auch darauf achten, dass die dann regelmäßig auch ausgetauscht werden. Die nächste Falle ist die Gelbtafel. Diese funktioniert bei Trauermücken, Buckelfliegen, Fruchtfliegen, Käfern und Läusen. Diese Falle funktioniert quasi genauso wie die Klebefalle, nur dass sie halt mit anderen Sachen lockt. Und zwar ist die Gelbtafel aufgrund der Farbe natürlich anziehend für die Tiere. Dadurch werden die Tiere angelockt, nähern sich dann dem Ding, setzen sich da drauf, kleben auch daran fest und verändern auch darauf. Aber im Prinzip funktioniert es ja gleich wie die normale Klebefalle, nur halt ist aufgrund der Farbe anziehend und für andere Tierarten. Je nachdem, was ihr so verfüttert. Wenn ihr zum Beispiel ein kleines Kameleon habt oder ein sehr, sehr junges Kameleon, ist dann zum Beispiel Fruchtfliegen für euch sehr, sehr attraktiv. Gerade auch bei zum Beispiel frisch geschlüpften Tieren verfüttert man sehr gerne Fruchtfliegen, diese kleinen Dinger da. Da stellt man so ein ganzes Paket ins Terrarium und wenn da mal dann ein paar von abhauen, ist es dann immer gut gesehen, dann so ein Ding da aufzukleben und dann sammeln sie sich, also außer halt natürlich vom Terrarium, ganz wichtig, und dann sammeln sich da die Tiere dran und dann kann man das dann einfach abnehmen und dann irgendwie wegschmeißen oder sowas. Weil ihr kennt Fruchtfliegen, das sind diese kleinen Dinger und wenn man davon irgendwann dann 20, 30 Stück in der Bude hat, dann rastet man auch aus. So, jetzt hier zu einer anderen Fallenart, wo man nicht direkt die Tiere festkleben, sondern eher später, sag ich jetzt mal, oder wo jetzt nicht die Tiere festkleben, sondern man sie später irgendwo aufsammeln muss, das ist die Köderfalle. Die Köderfalle funktioniert so, sie hat ein Plastikgehäuse und darin befindet sich ein Köder mit einem Insektengift. Und natürlich funktioniert das bei Schaben, Ofenfischchen, Asseln und Ameisen, das habe ich natürlich noch vergessen zu sagen. Der Aufbau von dieser Köderfalle ist halt, wie gesagt, ein Plastikgehäuse. Darin befindet sich dann halt ein Futter, sag ich jetzt mal, mit Insektengift vermischt. Die Tiere wandern halt in diese Plastikbox, snacken sich dann daraus ihren Anteil raus, gehen dann wieder weg, beziehungsweise so eine Ameise nimmt ja auch Sachen mit, dann für ihren Bau. Und aufgrund der Tatsache, dass sie das halt erst mal essen oder auch mitnehmen, verenden diese Tiere halt nicht direkt an der Köderfallenstelle, sondern erst im Laufe der Zeit, wenn halt das Futter erst mal im Tier angekommen ist. Das bedeutet, das ist halt die Falle, wo ihr dann die Tiere im Nachhinein einsammeln müsst. Das ist natürlich auch ein bisschen kontraproduktiv. Gerade wenn ihr ein bisschen verwinkelter wohnt, halt irgendwo hinter der Fußleiste oder unterm Schrank, können die Tiere hin. Also es ist halt ein bisschen schwieriger, die Tiere zu bekommen, als wenn ihr jetzt einfach so eine Klebefalle aufstellt. Wichtig hierbei ist natürlich auch, dass ihr die Futtertiere, sobald sie halt gestorben sind, nicht wieder verfüttert. Nicht ist dabei ganz wichtig. Wieso? Genau, weil die Tiere natürlich noch das Gift in sich haben. Ja, die fressen das und dann bleibt das ja da drin. Und wenn ihr das dann halt dem Chameleon verfüttert, dann kann es passieren, dass irgendwann bei einer zu hohen Dosis auch das Chameleon davon Schaden nimmt. Deswegen sollte man vergiftete Tiere natürlich auch in der Regel nicht verfüttern. Ist ja natürlich auch logisch. Na, aber ich wollte es ja trotzdem mal sagen, für die Leute, die da noch ein paar Fragen haben, ob sie es wirklich machen können oder dann auch nicht. Im Endeffekt funktioniert die Falle ja sowieso besser draußen. Wenn ihr zum Beispiel, was weiß ich, ich sage jetzt mal, ihr habt irgendwie Tomaten oder so was, ne, und habt dann davor irgendwie Ameisen oder so, dann stellt ihr die halt da vor. Ne, dafür ist sie halt eher gedacht. Ich wollte sie aber trotzdem halt mal auflisten, weil es wirklich Leute gibt, die die auch halt für drinnen benutzen. Eine nächste Variante, die nicht funktioniert, wären Sprays und Nebler, da man sie nicht in geschlossenen Räumen verwenden sollte. Denn dieses Mittel, was ihr da versprüht, beziehungsweise vernebelt, ist nicht nur schädlich für die Insekten, was da natürlich auch das Ziel der Nummer ist, sondern auch für euch selber, für Hunde und für Katzen und für euer Cameo natürlich auch. Das bedeutet quasi alles, was sich in diesem Raum halt befindet. Deswegen sollte man es tunlichst vermeiden, Sprays, beziehungsweise diese Vernebler innerhalb von Gebäuden zu verwenden. So, jetzt gibt es noch eine Falle in Ahnung, und zwar ist die Low-Budget-Variante, und zwar eine Flaschenfalle. Das heißt, die kann man sogar auch selber basteln. Diese eignet sich für Heimchen, Steppengrillen und Mittelmeergrillen. Die finde ich deswegen so cool, weil man sie halt einfach selber bauen kann, mit Sachen, die man bereits zu Hause hat. Und man kann die Futtertiere danach noch verfüttern, da halt keine Gifte verwendet wurden. Man braucht dafür auch gar nicht mal so viel. Man braucht zwei PET-Flaschen, ein Blatt Papier, einen Brühwürfel, sag ich jetzt mal, und einen Cutter. So, der erste Schritt ist, man schneidet von beiden Flaschen den Boden ab. Im Anschluss wird ein Flaschenhalsteil ohne Deckel umgedreht und in den anderen Flaschenhalsteil geklebt. Danach wird ein angefeuchteter, leicht zerdrückter Brühwürfel in den Deckel des äußeren Flaschenhalts gedrückt, und dieser Deckel wird dann in den äußeren Flaschenhalts geschraubt, sodass ihr quasi die Flasche in der Flasche habt. Zu guter Letzt wird ein Streifen Papier in diese Öffnung des offenen Flaschenhalts gelegt, damit die Tiere auch da reinkrabbeln können, daran dann abrutschen und in diesen Trichter halt fallen, weil sie werden ja von dem unten liegenden Brühwürfel angelockt. Dann gehen sie über diesen Papierstreifen in die Flasche rein, kommen dann aber nicht wieder raus und können dann dementsprechend auch nicht die Flasche wieder verlassen. Ihr habt das Tier gefangen und könnt es dann dementsprechend dann im Nachhinein verfüttern, sobald ihr eure Flaschenfalle aufsammelt und dann wieder ausleert. Die Variante fand ich, wie gesagt, cool, weil da kann man erstens, kann man dann wieder selber was basteln und man hat eine Low-Budget-Variante und die funktioniert auch sehr, sehr gut. Die letzte Variante wären die Fliegengläser. Diese eignen sich auch für Fruchtfliegen und für Fliegen generell. Das ist eine, ich sag jetzt mal, edlere Variante zu dieser selbstgebastelten Flaschenfalle. Vor allen Dingen ist ja die selbstgebaute Flaschenfalle eine stehende Falle und das Fliegenglas ist eine hängende Falle. Das funktioniert relativ einfach. Der Flaschenhals zeigt nach oben, der ist dann mit einem Korken oder sowas verschlossen und unten ist halt wieder eine Öffnung beziehungsweise ihr habt halt den Boden und darin befindet sich ein Loch und von diesem Loch sind die Ränder nach innen gebogen. Im Glas an sich befindet sich halt wieder so ein kleines bisschen Lockzeug halt, was man dann an diesen Rand da ran schmiert, damit die Fliegen halt da reinfliegen. Dann setzt man halt darauf, dass sie halt den Ausgang nicht mehr finden, weil die wollen ja immer nach oben weg oder zur Seite, aber das Loch an sich ist ja eigentlich unten und unten finden sie halt auch nicht so leicht, gerade weil diese Ränder vom Glas unten natürlich so ein bisschen leicht angehoben sind. Deswegen eignet sich diese Fallen halt auch so gut für Fruchtfliegen und Fliegen. So, und damit war es das auch schon wieder. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe mal, es war so ein bisschen informativ, weil ich dachte mir, es passt ganz gut, dieses Thema. So, gerade letztes Mal haben wir halt über Futtertiere an sich gesprochen, wie man sie füttert und dass es auch halt passieren kann, dass sie auch mal abhauen. Und deswegen dachte ich, es wäre halt relativ naheliegend, wenn wir jetzt auch mal so ein bisschen Gegenmaßnahmen ergreifen, wie man denn diese entflohenden Tiere auch wieder einfängt, wenn sie mal abhauen sollten, sage ich jetzt mal. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst natürlich Bescheid, lasst den Video einen Daumen nach oben, da würde mich sehr freuen. Wenn ihr Familie, Verwandte, Bekannte habt, die sich für das Thema Cameo interessieren, beziehungsweise alles, was zum Thema dazugehört, könnt ihr denen gerne das Video vorschlagen. Wenn euch weiterer Cameo-Content interessiert, könnt ihr den Kanal auch gerne kostenlos abonnieren, würde mich natürlich auch freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, haltet die Hitze gut durch und wir sehen uns einfach nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. I've got a question If you'd hear me out, out In your defense, you Never had a chance And so tell me straight I won't go This is our time now, I'm sure Make no mistake That we are Closer than we're far